Willkommen zurück zu Yoshi's Crafted World. Wir sind hier im Ninja-Land und suchen gerade nach ein paar Schnüffelchen. Willkommen zurück. Ich habe wahrscheinlich jetzt willkommen zurück, zwar haben wir gesagt, aber das passt schon. Müssen wir hier runter? Ah, okay. Ach, das ist das Level. Das war so auch wie so ein Rätsel-Level. Und dann hier nach den Schnüffelchen suchen. Ach, das wird mal wieder was. Ich merke es schon. Ja, hier lang. Und ich höre ihn. Ich weiß leider noch nicht, wo er ist. Wie viel Zeit haben wir eigentlich? Wir haben zweieinhalb Minuten Zeit. Das ist sehr wenig. Und da kriege ich auch schon richtig Angst. Ich höre ihn hier irgendwo. Sag mir nicht, der ist da oben. Oh, das ist gemein. Ist der da echt da oben noch? Ich habe jetzt übrigens einen Heizofen drin. Wenn er hier nicht ist, dann restarte ich nochmal. Weil da habe ich schon viel zu viel Zeit verschwendet. Hä, wo ist er denn? Ach, der vielleicht noch nicht restarten soll. Erst mal suchen soll, wo der ist. Ach, das passt schon. Auf jeden Fall werden wir heute in dieser Folge Die ganzen Level abschließen im Ninja-Land auf der Rückseite. Und dann gucken wir, ob wir noch in dieser Folge die restlichen Oder allgemein die ganzen Quests schaffen. Komm, geht er lang. Ich weiß gar nicht, wie lang das Level hier eigentlich nochmal war. Ich habe es vergessen. Okay, hier höre ich ihn bellen. Hier nicht mehr. Oben ist er nicht. Ach, da unten. Oh, leu, ich sehe ihn. Da unten ist er. Wie komme ich denn nach da unten? Hä? Ja, der ist da unten oder so. Warte, dann muss ich vielleicht nochmal zurück. Ach, hier? Nee. Hm? Ich habe hier noch da... Da unten ist er. Glaube ich. Ich bin gerade leicht verwirrt. Was? Hä? Was? Äh, okay. Wie auch immer. Dann ist das wohl so. Ich habe doch keine Ahnung, wo es lang geht. Was ist hier los? Was? Hä? Wo muss ich lang? Äh, ja. Gut, ne? Ach so? Ja. Konnte ich sehen. Gutes Spiel. Okay, das Level mag ich jetzt überhaupt nicht mehr. So, wir müssen... Ich muss immer leise sein in diesem Level, da ich hören muss, wo jemand am bellen ist. Ich habe das Gefühl, wir haben schon jemanden verpasst, was nicht gut ist. Doch, da ist einer. Wie komme ich an ihn dran? Ach, warte, das ist doch ganz einfach. Ich mache einfach so. Und dann... ...hab ich ihn schon. Ne? Oder? Na, komm. Jetzt. Das war der zweite, alles klar. Heißt, wir müssen... Ja, komm. So machen und dann hier lang. Nicht? Doch. Doch, 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 doch. Okay. Aber ich habe die... Ich habe schon verkackt, oder? Ja. Wo war der letzte? Wo war der letzte? Was ist das denn auch für ein Rückwärtslevel? Das Level ist überhaupt nicht gedacht für rückwärts. Das ist ein totales Chaos. Ist er hier? Hä? Ja, er ist hier. Okay. Dann wissen wir Bescheid. Dann werde ich jetzt Level nochmal kurz. Neu spielen. Aber das ist echt knapp bemessen. Zweieinhalb Minuten? Wie soll das denn möglich sein? Das Level dauert doch länger als zweieinhalb Minuten. Das Level dauert doch mindestens drei Minuten oder so. Ja, wow. Oder irre ich mich da? Ich glaube nicht. Ich glaube, das Level geht echt so lang. So, okay. Keinen Fehler machen. Hier lang. So. Und dann kommt er hier einfach raus. Einfach so. Oder wie ist das? Warum kam denn da? Doch. Hä? Okay, den verstehe ich nicht, wann da kommt und wann nicht. Aber jetzt kam er auf jeden Fall. Hier muss man ja erstmal riechen, dass da... So ein Ding ist, was man abschießen muss. Und hier auch. So, der zweite war hier irgendwo. Oder? Ne, da war es da. Da, da rechts. Da rechts war da. Hier. Okay, der jetzt absolut nicht schwer. Also, wenn der den hier nicht kriegt, ne? Dann weiß ich auch nicht, wie er euch helfen soll. Der hier ist einfach. Aber zack. Und dann kommen wir hier durch. Gott, selbst jetzt ist die Zeit schon knapp. Naja. Okay, geht. Ich mache jetzt einen Perfect Run. Ich weiß nicht, wo alles ist. Naja, außer der letzten, der letzte. Muss ich halt überlegen, wo war der denn? Doch, jetzt war ich es wieder. Ich weiß wieder, wo der letzte ist. Ich weiß wieder, wo der letzte ist. Da war hinter so einer Drehtür. Hier. Hier hinter war der. Ja. Okay. Dann sind wir ja jetzt fertig, oder? Yes. Okay, dummes Level. Echt dumm. Also rückwärts hat es mir überhaupt nicht gefallen. War richtig dumm. Ich hoffe, die anderen beiden Level können noch mal raushauen. Sonst, ähm. Ja. Werde ich mit genervter Maul. Werde ich mit genervter Laune in die Quests gehen. In die Blockathon-Aufgaben, oder wie immer die Typen heißen. Ich habe es wieder vergessen. Hinter dem Shoji. Rückwärts. Das wird ein Spaß. Das Ding ist, das Level ist ein Scrolling-Level für die Leute, die die letzte Folge nicht gesehen haben. Das hier ist ein Fricking-Scrolling-Level und ich habe keine Lust. Ich mochte das Level selber auch nicht so sehr. War jetzt zwar eine coole Idee, aber... Das war so... Man will das Level nicht nochmal spielen. So ein Level ist das. Okay. Ich werde kurz, wenn ich... Guten Boden habe, sag ich mal. Gucken, wir haben drei Minuten Zeit. Okay. Nein, nein, komm her. Habe ich ihn? Ich habe ihn. Okay. Aber gut, hier ist die Zeit auch egal. Ist ja ein Scrolling-Level. Da geht es halt nur darum, im richtigen Moment an der richtigen Ort und Stelle zu sein. So wie jetzt nicht. Nein, nein, nicht da hoch. Nicht da hoch. Oh Gott. Jungs, ey. Und Mädels. Das können die nicht mit mir machen. Das sieht süß aus. Was ist das? Cool. Okay. Ich bin Heizofen. Ich bin Heizofenseile. Dann bin ich... Der Heizofen. Das waren schon tolle Zeiten. Kommen wir vor wie ein halbes Jahrzehnt. Aber... Für euch ist das fast erst gestern nicht. Na gut, auch von der Woche oder so. Aber wie auch immer. Ich höre den zweiten Hund nicht. Das macht mir gerade etwas Angst. Ich höre zwar andere Hunde. Hintergrund. Oh, noch ein Hörchen. Noi. Aber... Ah, da hinterher. Da ist er. Da ist er. Hab ihn. Oh nein. Jetzt kommt doch dieser Hintergrund. Obwohl, warte. Den sieht man gar nicht. Von hier aus. Ist es das, was die Yoshis eigentlich gesehen haben? Naja, wer weiß. Ich hoffe, ihr ignoriert die Hintergrundgeräusche. Ich hatte einfach mal Lust, Yoshi aufzunehmen. Auch wenn im Hintergrund so viele Stellgeräusche, könnte man sagen. Ist also draußen irgendwas los. Und die Hunde sind dann wieder so... Genervt. Ohne Grund. Und ja. Wie auch immer. Wir wollen nur Spaß haben. Ich höre ihn, aber... Sehen tue ich ihn nicht. Doch da, jetzt. Was? 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 Was zum Teufel wollt... Was? So, zurück an Autostelle. Mal schauen, ob wir es jetzt schaffen. Oh Gott. Okay, das ist mega assi und man hat vielleicht drei Sekunden Zeit, das Ding zu bekommen gefühlt. Das ist einfach nur assi. Ich weiß nicht, wer auf so was kommt, aber... Äh... Ja. Nein. Ja. Du mit deinem Messer kannst weggehen. Und du mit deinem Schuriken auch. So, ich hoffe, das Level ist ja auch mal zu Ende. Und natürlich, wenn ich mal anfange zu reden, dann ist natürlich wieder Hintergrundgeräusche am Start. Denn ihr müsst wissen, vorher, als ich gerade nicht geredet habe und alles weggeschnitten habe, da war gar nichts da los. War alles ruhig. Und jetzt... Natürlich wieder keine Stille. Naja, egal. Wir sind durch und haben alles. Yay. Yeah. Uhu. Okay. Ich habe heute vor, ähm... Wenig weiter aufzunehmen als nur diese Folge. Diese Folge wird etwas kürzer, da die letzte Folge viel zu lang war. 40 Minuten oder so, glaube ich. Und, äh, ja. Ich werde aber heute so lange aufnehmen, bis wir den nächsten... Das nächste Juwel haben auf jeden Fall. Ich weiß gar nicht mehr, wie die heißen. Ich habe die... Ich vergesse es immer. Herr von Samurai Schloss rückwärts kann ich mir nicht vorstellen, wie das sein soll, weil wir hatten ja immer einen Bossfight. Und ich weiß gerade nicht, wie die das jetzt umgestellt haben, umgebaut haben, was immer. Aber wir werden es ja sehen. Bestimmt wird das Level voll cool. Ja, ja. Bestimmt. Yoshi! Ach, die standen einfach hier. Okay. So. Och nein. Wir müssen Rätsel noch machen, während wir Zeitdruck haben. Wie, was? Ey, das ist doch dreist, Jungs. Ich bin doch nicht machen. Okay, jetzt haben wir es. So, hören. Ach, das ist mir egal. Wir hören, wir hören, ob wir vielleicht irgendwelche Hundis hören. So, weg. Wir nehmen die Shy Guys mal mit, auch wenn sie uns manchmal wehtun. Eigentlich helfen sie uns, indem sie uns Eier geben. So, nächste Zeit auch etwas knapp bemessen, weil das Level ist ziemlich lang. Na, was heißt ziemlich lang? Es ging eigentlich. Äh, ja, ähm, ja, okay. Doch, ich höre ihn. Ich wollte gerade sagen, aber ich höre den ersten Hund nicht. Doch, da. Nein, wo ist er? Yes. Nice. Okay. Den ersten haben wir. Ich nehme jetzt hier mal ein paar Eier mit. Wir müssen wir zum Glück nicht... Doch, wir müssen hier drehen. Ich wollte gerade sagen, wir müssen wir zum Glück nicht drehen, aber doch müssen wir. Na, nicht schlimm. Ach, verdammt. Okay. Die Zeit geht uns aus. Aber sowas von. Und wie die uns ausgeht. Wo ist denn der zweite? Ich höre ihn nicht. Well, doch. Wow, wow. Wow, wow. Bist du hier, wow, wow? Da bist du nicht. Wow, wow. Doch, ich höre ihn. Wo ist wow, wow? Er ist da drin. In dem drin. Yes. Okay, eine Minute. Schnell, schnell, schnell. Nur noch eine Minute. Wow, wow. Wo ist der wow, wow? Wo ist wow, wow? Warte, wo ist wow, wow? Wo ist wow, wow? Was? Wo war der letzte? Hä? Wo war der letzte? Ich habe nichts gehört. Habt ihr was gehört? Ich habe rein gar nichts gehört. Ich sehe schon, die Folge wird mal wieder... Super. Ich hoffe, ich mache die Folge nicht aus Versehen zu lang. Ich werde auf jeden Fall in dieser Folge das Ninja-Land abschließen. Komm mal, was wolle. Ich hoffe, ich kann es relativ schnell schaffen. So einem Level natürlich nicht. Was soll denn das? Wo war denn der letzte? Ach, was ein Rotz, Alter. Was ein katastrophaler Rotz. Hier können wir wenig Zeit sparen, wenn wir das geschickt und schnell machen. So. Mach schnell, beeil dich. Ach, ihr seid... Wow, okay. Ihr seid alle so langsam. Komm, komm, komm. Wow. Nicht mich runterschubsen. Ich habe insgesamt drei Minuten. Okay. Nein. So, der erste ist hier. Zack. Nein. Komm. Okay. Gut, der erste ist easy. Der ist mitten im Weg. Den kannst du eigentlich nicht verfehlen. Das geht nicht. Du kannst den nicht verfehlen. So, den zweiten kannst du auch nicht verfehlen. Der ist hier. Den... Der... Man... Ja gut. Was heißt, man kann hier nicht verfehlen, wenn man das halt nicht sieht. Gut. Aber schwer ist jetzt nichts. Ist nur Herzen. Egal. Wo ist der letzte? Was? Hier oben? Oh mein Gott. Den habt ihr jetzt nicht gebracht, oder? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Super. Dazu sage ich nichts. Dazu enthalte ich mich. Gut. dann können wir jetzt die quest anfangen ich freue mich schon ich brauche den silien also fangen an ich bin dicke eine papierlampen ein papierlampen geist sei er hat mich auf der rückseite des ninja haus erschreckt das hier nein das hier was soll sein haus so nach dem ding suchen war habe ich jetzt tatsächlich nicht gesehen ich hoffe ich bin schnell ach mal das ding hier ja gut okay das war ja dann doch nicht so schwer ich habe gedacht es wird viel schwerer weil das dieses level ist und in diesem level irgendwas zu blicken ist auch eine kunst aber ich hoffe der hat nicht so viele aufgaben ich hoffe immer die haben nicht so viele aufgabe ich hasse ist so lame das hast du noch keine bitte benötige fünf mal in den hellen nicht sieht nicht aus wie hell die hängen als deko im sammlereichschloss herum ich brauche ich die fünf ja wie sehen sie aus das soll ein helm sein nur deiner beschreibung soll das ein helm sein der erste befindet sich hier das zweite befindet sich hier der dritte ist hier der vierte befindet sich hier und der letzte befindet sich ja okay war gar nicht schwer ich habe echt gedacht die werden viel schwerer freut mich natürlich dass sie nicht so schwer sind okay hast du noch eine aufgabe sicher ich hatte noch eine aufgabe bestimmt im show sie vielleicht noch noch weiß ich brauche zwei bonsai baum bäume zu finden auf der rückseite des schattenwandhauses aya tun denen nicht weh ahja also hier ups hier bestimmt auf der rückseite hier da gab es anscheinend zwei von diesen pappbäumen ok dann soll ich kurz aufnehmen hat der erste ist hier unten ganz knapp noch bekommen und der zweite ist hier ok die sind eigentlich sehr einfach der erste war vielleicht etwas schwer weil man den ersten letzten sekunden sie oder ich habe zumindest ersten letzten sekunden gesehen aber ansonsten war es easy juhu hast du noch was bestimmt hast du noch was ich brauche fünf goldene schuriken die finden sich überall in der haus ist bestimmt nicht einfach alle zu finden ok so sehen die dinge aus ganz normal einfach goldene schuriken habe schon welche gesehen sehr viele sogar und ich wusste man muss sie sammeln ich werde euch alle zeigen der erste befindet sich ganz am anfang des levels hier der zweite befindet sich hier hier hinten befindet sich einer und wie wir alle wissen befindet sich ganz am ende des levels hier oben der letzte ja war nicht schwer ich habe sie schon alle vorher gesehen und ja kann man so sagen ja habe ich eigentlich erwähnt dass das bisher gar nicht so schwer ist ich glaube nicht aber ist auf jeden fall nicht so schwer ich hoffe das war deine letzte aufgabe oder wird es nur dass ich bis 310 mache wahrscheinlich keine bitte ich brauche ein kirschblüten wandschirm sucht man auf der rückseite des samurai schlosses kann man einen davon finden ok wie sieht das ding aus ist einfach ein poster oder was oder was oder was das cookies flowers was kirschblüten wandsche ich weiß nicht was das ist werden mal schauen den ersten habe ich bereits gefunden ich habe nur leider gerade keine eier gehabt der befindet sich nämlich direkt am anfang des levels hier vorne steht einfach random im vordergrund rum ja oder relativ sogar im vordergrund dass man den noch besser sehen kann also ich denke den sieht jeder und bisher waren die aufgaben in jinderland sehr einfach und das erspart mir sehr viel stress so ich hätte dann noch eine aufgabe dann war es das für heute oder wird doch jetzt auch vor mir egal wer noch was also eine bitte ich brauche vier mal dieser schei geidrache die du schon 10.000 mal gesehen hast du sie bei level hier gibt es auf der rückseite des schatten und wand hauses aber es heißt ja fliegen muss schön sein denn wir haben wir alle gesehen ich habe sogar einen davon abgeschossen ja diese war echt cool für die dinge sind echt der erste befindet sich hier hier befindet sich noch einer im hintergrund ein weiterer hier und der letzte befindet sich hier direkt danach die waren sehr sehr einfach immer wieder und ich habe irgendwie das gefühl dass die das den langweilig geworden ist und wir keine lust mehr hatten die wirklich zu verstecken ja die waren diesem dieser welt sehr einfach so aber ich glaube das war's dann oder nein noch nicht noch eine bitte ich brauche eine kopfschlange hier habe ich jetzt nirgendwo gesehen es heißt dass in einem der töpfe im niederland ein schubbiger freund steckt was gar kein gesehen ok der sieht auch voll cool aus eigentlich guckt ihn euch an ist eigentlich auch voll cool ich wusste irgendwo in diesem schlüsselraum wird bestimmt was sein zu finden tatsächlich hier hinten ist es und ich suche mich ja ab wie will und denke schon online ich habe bestimmt schon verpasst es ist hier wenn man seine augen aufmacht und gründlich sucht ein findet man findet man es auch sag willst du noch mehr langsam wird es mir doch dann zu langweilig hier kommen jetzt reich das ganze aufhören ok ich bräuchte noch ein herr von samurai banner es bildet sich an danach auf der rückseite des samurai schloss zu suchen ich habe schon welche gesehen kommt sogar mehr als eins oder ich bin mir hundertprozentig sicher ich habe das gesehen und meine erinnerungen täuschen nicht auch wenn ich glaube ich die sind hier tatsächlich gar nicht gesehen habe doch hier ist er und zum glück habe ich ihn nicht immer sehen doch aber komm jetzt lass es endlich gut sein ja reicht jetzt auch mit den aufgaben ist okay jetzt ja reicht die folge wissen zu lang was jetzt ich nehme mir schon fast eine stunde auf bitte reicht jetzt ok ich will noch drei asia lampen haben finden sich im schattenwandhaus sie sehen irgendwie total antik aus der will mir bei euch der will ist aber auch ein auf die spitze treiben mein freund hier das ding da dreimal ich weiß schon wo die sind ich habe sie schon gefunden aber das erste befindet sich ganz am anfang des levels hier so der zweite befindet sich hier direkt danach nicht nach unten gehen das habe ich nämlich wollen gemacht da kommt den hier nicht mehr dran warum auch immer die das so gemacht haben auf jeden fall ist er hier und das letzte befindet sich hier oben hier müsst ihr ganz schnell nach oben kommen aber nicht so wie ich und dann erst mal die münzen außen weg schieße die aus gesehen ab und dann habt ihr es gut in diesem level war es etwas nerviger tatsächlich 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 weil ja gründe sind genannt worden das war es jetzt bitte ich habe nämlich keine lust mehr und ich will den folge bänden bitte erreicht jetzt auch ist jetzt gut okay ja erst recht dankeschön hurra alle gründe sind im ninja land gefunden ok leute dann werfen wir uns in der nächsten folge im rumpel dschungel sehen haut rein und dann